Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei Let's Play Tengshu Stealth Assassins. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, sind wir durch das Dorf von dem korrupten Finanzminister gegangen und haben ihn am Ende gekillt. Und genau, jetzt ist halt so die Situation, dass es einen Stein irgendwie gibt und dieser Stein verwandelt Leute in Zombies. Das ist auch eine sehr komische Story, finde ich, für einen Tengshu. Aber, ja, die werden sich wohl was dabei gedacht haben. Oh Gott, so, ich nehme jetzt gerade mal nochmal die Items hier. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an, bevor wir jetzt hier lange rumlabern. Ich filtriere den Manji-Kult. Okay, Manji. Noch nichts von gehört? Oh, es geht direkt los. Ah, guck mal. Geil. Wir haben jetzt hier so einen Panzer an. Das sieht cool aus. Oh. Eine sehr übersichtliche Karte, okay. Dann würde ich sagen, jo. Geh ich einfach mal hoch. Das ist, glaube ich, jetzt das sechste Level oder so, hä? Ah, das ist da einer. Da ist noch jemand. Ah, die Musik ist cool hier. Ah, nein. Hier ist niemand. Oh, Freund. Da dreht er sich rum. Oh, verdammte Scheiße. Tut mir leid für den Schrei, aber ich habe mich mal wieder sowas von erschrocken. Das ist unfassbar. Oh, das gibt es da wohl nicht, ey. Die drehen sich aber auch immer wirklich erst um, wenn man kurz davor ist. Das ist doch so eine Kacke. So, wo ist der? Wo ist der? Wo bist du? Hallo? Irgendwo da. Okay. Wir raten hier hinter. Hä? Wo ist er? Aha. Ich glaube hier drin, oder? Aber schau mal. Oh, der Panzer sieht geil aus. Schaut euch den mal an. Der sieht cool aus. Ah! Da drin, der pennt. Alles klar. Sehr schön. Dann geh rein. Ah! Da ist doch immer noch einer, oder? Hä? Ich habe den da... Hä? Da... Was denn? Wo denn? Hä? Wo ist der? Ey! Verarsch mich nicht spielen. Geh da mal hoch, bitte, ja? Ich muss da auch irgendwie reinkommen. Da ist doch ein Gegner drin. Ah, Moment. Moment, ich habe eine andere Idee. Da ist doch so eine Tür. Ah! Stopp! Wo denn? Ach, da ist der. Okay. Dann... Dreh dich mal rum. Dreh dich mal rum. Und lauf hin und kill ihn. Einen Seitenkill wieder. Ne. Zack. Wer hat mich da entdeckt? Wer hat mich... Was ist... Hä? Hä? Ey! Was? Wo? Wie kommt der auf einmal da raus? Ey! Du hast eben gepennt, Junge! Warum? Es tut mir leid, wenn ich hier jetzt wie wieder so rumschreie. Aber das ist doch... Oh! Ärgerlich! Richtig ärgerlich hier. Ja, ich sehe es durch die Wand. Ist okay. Nein. Ich schaue nicht mal. Ah, der legt's wieder pennen. Alles klar. Sehr schön. Dann haben wir den ja jetzt hier, wa? So. Penner, Alter. So. Hast du irgendwas versteckt? Nein. Du wolltest mich nur nerven, hä? Du wolltest mich nur nerven. Du wurdest nur das... Du wurdest nur programmiert, um mich zu nerven. Sehr schön. Ne, er nicht. Aber ist egal. So. Ich glaube, dann geht's mal hier weiter, wa? Da unten! Ah! Ah, das ist ein Zombie! Das ist ein Zombie! Ich verstehe. Das sind auch Gegner. Oder? Ich mach den einfach mal... Ich mach den einfach mal platt. So. Ich... Ach du Scheiße! Guck euch das mal an. Der sieht ja aus wie bei Resident Evil, ey. Naja, nicht wirklich, aber... Walking Dead. Walking Dead und Tengshu gemischen. Äh. Na, ich weiß ja nicht. Äh, heh. Ich weiß jetzt ja wirklich nicht. Ob das so... Naja, egal. Schauen wir mal, wie's wird. Ah, da! Da ist er. Da, gehen wir wieder zurück ein bisschen. So, ah, mach ich. Wie siehst du denn aus, ey? Zack! Ah, du hast einfach nur deinen Mund... Okay. Äh, okay. Ah, wir killen hier einfach alle. Und, jo. So sieht's aus im Moment, ne? Ja. Ist ganz frisch im neuen Jahr 2019 angekommen. Ist das jetzt hier meine erste Folge eigentlich, oder? Ne, meine zweite Folge. Im neuen Jahr 2019. Und, ja, genau. Ich hoffe, das Jahr hat für euch gut angefangen. Für mich, ja. Für mich ist es okay gelaufen. Aber was ist denn jetzt hier schon wieder? Moment mal. Ah! Oh mein Gott! Ah! Boah! Ah! Oh, hab ich mich ersch... Alter! Hab ich mich erschrocken gerade. Boah! Aber zum Glück, äh, kann man die noch mit einem Schlag killen. Aber wenn die einen nur kurz sehen, das ist ja... Aha. Das ist das Gute da dran, ne? So, was haben wir hier noch? So, einmal hier. Was haben wir hier? Ah, shit. Egal, komm. Ah! Da! Ich hab dich gesehen, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Nö. Verpiss dich. So. Ach, Mann. Der hängt sich wieder an der... An der Wand fest, ja. Alles klar. Dann dreh dich mal bitte rum, ja. Dreh dich mal bitte nach... Ja, sehr schön. Sehr schön. Ne. Ne. Oh! Kopf ab. Nein! Oh, shit. Oh. Geh da hoch. Was ist das überhaupt für ein Baby schreien da? Ich hör ein Baby schreien. Das ist doch makaber, Alter. Was ist das? Oh Gott, Alter. Katze und Maus spielen mit den Gegnern hier. Hahaha. Wie geil. Ah, ist egal. So. Versteck dich. Der rennt wieder. Oh. Das ist der Unterschied zwischen... Alter! Zwei Stück! Alter! Boah, zwei Stück! Oh mein Gott! Boah! Boah! Zwei Gegner. Was schreit hier für ein Baby? Alter, das ist richtig makaber grad. Jetzt muss ich warten, bis sich beide rumdrehen. Oh! Das kann dauern. Das kann jetzt dauern. Da bin ich jetzt in der richtigen Scheiß-Situation. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ah, sehr schön. Beide auf einmal. Ne. Ne. Nein, 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 nein. Oh! Der wollte sich grad wieder rumdrehen, ey. Hahaha. Fuck. Na, ist egal. Guck mal hier. Da liegt der Kopf von ihm. Was ist das für ein Baby, was hier schreit? Alter, das ist heftig. Das ist heftig. Was zur Hölle? Okay. Boah, das ist grad atmosphärisch echt. Boah, unangenehm auf jeden Fall. Ah, Heidrank. Sehr schön. Boah, was soll das denn? Was ist das für eine... Alter, was machen die hier? Was ist das für ein Baby? Äh, okay. Ich hab keine Ahnung. Ich geh mal hoch. Vielleicht ist ja da oben irgendwas. Ah! Ich weiß, was du willst. Du willst eine Stimme. Es ist sicher. Innerhalb meiner Beine. Hm, you're not going to get it. Mach du scheiße. Okay. You use the stone to hurt people. I will take it. Even if it means cutting you. Ah, wir holen uns jetzt den Stein zurück. Oh! Oh, warte mal. Springen wir gleich mal weg. Springen weg. Ah, spring weg. So, spring weg. Und mach den hier und nimm mal den Booster. So. Oh Gott. Und zack. Genau. Da fliegst du erst mal weg. Nimm die Granate. Zack. Genau. Bam. So sieht es nämlich aus, mein Freund. Du hast keine Chance gegen Ricking Maru. Zack. 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 Jawohl. Haben wir es schon geschafft. Ja. Nix da. Oh, das ist noch einer. Oh, das ist noch einer. Aber Böden. Du wirst sterben. Noch ein Kampf. Noch ein Kampf. Wie geil. Alter. Oh. Noch ein Kampf gegen Unikage. Oh mein Gott. Das wird heftig, glaube ich. Ah, nimm. Nein. Fuck. Au. Ah, Mann. Ich will mein Dings wieder haben. Wo ist das? Da ist er. Komm. Nimm ihn. Oh. Okay. Sehr schön. Und zack, zack, zack. Ist egal. Komm. Ah. Was ist das denn da? Da ist noch ein Gegner. So. Nimm das. Und zack. So jetzt. Und zack. Ah. Boah. Der ist gut, Alter. Der ist gut. So. Der Gegner da hinten. Bogenschütze. Wo kommst du auf einmal her? Zack, zack, zack. Ah. Lauf. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich hier diese Panzer und so. Zack, zack, zack. Die Onikage, Alter. So. Zack, zack. Komm schon. Oh. Was hat der für Tricks drauf? Der erinnert mich ein bisschen an Dings. Hier. Der rote Spatz. Ah. Wie hieß der? Susaku. Genau. Susaku aus Tenshu 2. Ah. Shit. Ah. Sehr schön. Aus Tenshu 2. Ich weiß nicht. Wer Tenshu 2 gesehen hat, weiß wen ich meine. Der hat ja auch die gleiche Musik gehabt. Das heißt, der ist hier irgendwie mit. Ah. Nee. Oder? Wart mal. Komm. Geh da rein. Ah shit. Ah. Hä? Ich habe dich nicht verstanden. Die nächste Zeit. Du sterben. Oh. Ah. Ninja Meister. Weil ich dich alle gekillt habe. Ich Idiot. Shit, Mann. Ja. Ah. Keine Ahnung. Ist aber auch eine relativ kurze Folge gerade. Ich glaube, ich mache noch ein Level. Ha. Genau. Yo. Und. Äh. Ja. Was gibt es jetzt noch was zu sagen? Also wir haben Onikage nicht gekillt. Aber wir haben den Dings gekillt. Den Anführer von der Gruppe. Und wir haben den Stein zurückgeholt. Und genau. Meister Ninja, weil ich halt nicht alle gekillt habe. Das konnte ich nicht wissen, wo der der Endgegner ist. Es tut mir auch leid, falls ihr das restliche Level noch sehen wolltet. Keine Ahnung. Hm. Hm. Schmuck, gunpowder, and exotic spices have come something less desirable. Foreign pirates. And none is worse than the Spanier, Captain Balmer. Under the cover of the ship's powerful cannons, Balmer and his crew have wreaked havoc on the town. You must destroy these barbarians and restore peace. Ah ja, okay, es geht also um einen Händler, der quasi einen auf Barbar macht und jetzt alle Leute in einem japanischen Dorf killt, sozusagen. Und Japan hat seine ganzen Grenzen halt geöffnet für Handel und ja, genau. Aber das, meine Freunde, würde ich sagen, sehen wir das nächste Mal. Ich mache jetzt hier erstmal Cut, ich weiß nicht, ob ich den nächsten Part heute noch aufnehme oder morgen erst. Und ja, genau, dann würde ich sagen, wir haben mal wieder Unikale gesehen. Und das ist ein sehr geheimnisvoller Mensch auf jeden Fall. Und genau, würde ich sagen, ich bedanke mich bei ihm, der zugeschaut hat. Und demjenigen, der es gefallen hat, der möge doch ein Like oder ein Abo dalassen. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ciao, ciao.